hey hin hocken also dieses hinsetzen ja wirklich doppelt so schnell real talk es hat es halt schon hier so ja jetzt so ich mein kojot Äh, 2. Nur noch 8. Die sieht halt 1 so aus wie der Fox. Ja? Ja. Was für Kugel ist das gelaut? Und? Äh, 5, 4, 5. Ne, warte. Die Kacke schluckt AR von der Marauder. Äh, nicht so gut, oder? Ja, ist das okay. Ach, ich glaube, ich muss für die einen Scope kaufen. Die hat gar keinen Scope. Nehmen wir nochmal 20k investieren. Let's go. Ah, kein Bock. Gott. Hallo. Alter. Fast, verreckt. Nur weil ich wieder zu gierig war. Kann, glaube ich, gar nicht outspeeden, oder? Joa. Doch, kann man. Och Gott. Was denn? Man könnte ein Visier für 5.000 kaufen. Let's go. Krass, genau. Ja, ein Visier. Ja, so ein A-Cock, ne? So ein Vierer. Hm, PO-1. Das ist ein richtiges Sniper-Visier. Mach die mehr Schaden? Was, die Waffe? Ja, also die Fox macht ja zwischen 230 und 450. Ja. Und die macht 330 bis 465. Ja. Kann ich aber die Patron verkaufen? Ich weiß nicht. Entschuldigung. Ne, kann man das überhaupt draufklatschen? Steht bei dem Visier drauf. Ja, ich löste es da gerade. Ich glaube nicht. Ne, sonst hätte ich gesagt, dass ich mir einen Rotpunkt habe, aber es geht da nicht drauf. Meinst du, hast du was Gutes gemacht mit der Fox? Äh, mit der Kroyot? Ja. Also ich weiß auf jeden Fall, dass die 7.62-Munition besser ist als die 5.45er. Dafür ist es ja auch ein anderes Dings, eine andere Durchlagekraft. Aber trotzdem. 100 Pionier machen wir da. Ja, ich muss mir, ich weiß nicht, ob ich mir einen Sniper wie sie kaufen möchte. Wer eigentlich nah ist. Ja, ne? Muss es zu wissen. Ja. Wann kriegt man die Mosin 16, ne? 16, ja. Ich bleib bei meiner. Na komm, man lebt nur einmal. Passt es nicht drauf, GG. Doch, die passt drauf. Wenn nicht, wird sie in Schwarzmarkt nochmal verkauft. Bin Taui. Und? Ja, passt drauf, ist nice. Und? Hat was. Ja? Ja, ja. Richtiges Scope, meinst du. So, ein Taui habe ich dafür bekommen. Wie kann man etwas in die Schwarzmarkt setzen? Weiß ich nicht. Ach, mein Items wahrscheinlich. Lockenitem, äh, äh. Ah ja, geht. Ja, so wird schon. Ja, okay, die würden dann noch Steuern dazu zählen, okay. Okay. Day count? Ja, machen wir so. 30, ja, okay. Ja, ich sage, was ich zinkt, wenn ich sie wieder rauskomme? Das ist auch wieder rauskomme. Ich habe 1.500 mehr rauskomme. Ich habe rauskomme und rauskomme 1.500 mehr rauskomme. Wenn du rauskomme, wenn du rauskomme? Ja. Ich habe jetzt einen Mann, der 150.000 mehr rauskomme. Ich glaube, wir brauchen auch noch Schienfälle, die die Leute nicht holen. Das are closed, my friends. Anscheinend hat er auch keine Quists mehr, ne? Ich weiß nicht, ob das ist. Was? Was ist das? Wenn er von der Teile ist ja sagt, was du hast? Das wäre ja immer die Welt, wenn du so sagstst. Das ist echt nicht so. Jetzt kommt die Grenzen mit. Das ist ja noch so. Und das ist das garantiert. Das ist ja die Farbe, die die Farbe und die Farbe zu halten. Dann habe ich den Topuk doch an. Die Farbe und die Farbe zu halten. Das ist wirklich sehr? Das ist gut, was ich nicht da? Du ruhig zu erneetest? Das können wir schon mal beenden. Er sagt zu ihr so. Das wäre ich für den Russischen Profi. Das ist so cool, was ich für dich aussehen? Wenn es die Russischen sehr, sehr gut ein Verwissende ist, aber ich habe jedenfalls viel noch eine Liste. Ich bin nur 500 Euro. Wo habe ich das, weil ich mir noch eine Liste gewiss ! Ich bin auch noch eine Liste, die ich brauche. Das ist auch sehr töntig für Frauen kommen. man muss man auch richtig diesen atemfunktion nutzen ich hab mich nicht mehr so viel zu tun ich hab mich nicht mehr so viel zu tun also ich hab noch 10.000 oder 5 wievendest du? ich hab noch 5 Wie weit kann ich da mit rein suchen? Jetzt habe ich nur einen gefunden. Kann man da mit weit suchen? Kann man das wieder öffnen? Ja, man kann es auch öffnen. Ja, Remove Attachment steht da. Wenn es nicht gefällt, verkaufst du es dann einfach schwarz mal für 4,9 und dann gut ist. Dann wird es safe, aber ja. Dann wird es noch mal rein. Gibt es noch mal rein? Ich glaube, wir werden in Kontrollen. Ich glaube, es ist ein Profesional-Sniper. Dann wird es noch mal rein. Dann wird es noch mal rein. Dann wird es noch mal rein. Alter. Ist es gewöhnungsbedürftig? Ist es richtig gewöhnungsbedürftig? Ja, ja, ja. Aber hier kann man gar nicht seine Waffen fahren. Sag schon, reparieren lassen, ne? Hier? Ja, nö. So, das ist jetzt die Frage. Was machen wir? Ich versuche, die Lizard auf keine Ahnung, wie viel Meter zu treffen. Bei Menevskaya, ne? Der Mine. Ja. Mit dem Silizium. Ja. Ab Level 12. Ja. Weißt du, was danach kommt? Nö. Ich weiß ja nicht mal, wo es die Lithium ist. Ähm, ist in der Mine da. So eine Aussage. Weiß nicht. Hm. Hm. Weißt du, von wem das ist? Der ist? Was? Die Quest? Ja. Von den Typen, der die Ressourcen auch verkauft. Also. Das ist auch gleich die Quest bei ihm. Ah, okay. Weil ich würde wirklich ganz gerne mal wissen. Chris, give a picture. Ich würde ganz gerne mal wissen. Weil ich würde ganz gerne, wirklich. Ja. Ja, wir haben schon 92 Quest gemacht. Hm, läuft. Wie viel Spielzeit haben wir? Hm, soll ich gucken? Ja. Und guck mal, ob Tim noch, äh, online ist. Äh, Tim ist nicht mehr online. Und wir haben... So, ganz kurz. Äh, bumm. 31. Oh, geht doch noch. Also ich, wahrscheinlich, ich werde halt mehr haben, weil ich mal schon links da reingegangen. So, Shat hub so. Hast du schon einen Schuss abgegeben? Nee. Also gehen wir jetzt in die Mine? Äh, ich würde sagen, ja. Zumindest Richtung Mine. Wir können ja die Lizards versuchen aufzubordern. Man muss halt jetzt diese Atemfunktion richtig nutzen, ne? Vorhin haben wir es ja nur genutzt, um... Ja. Anomalien sozusagen auszutrexen. Noch ein Grund, weshalb ich, äh... Exaktiv skillen sollte. Wo ist denn? Man kann schon gut, äh... Rein so. Ja. Macht Spaß. Toll's. So. Also, wo lang? Du hörst es doch zur Mine. Ja, weil du da gerade das Bumpf schießt. Nee, ich wollte nur ausprobieren. Achso. So. Also hast du die Flash Heater gegessen? Äh, gegessen, genau. Äh, äh... Ich find's halt echt interessant, dass die halt jetzt die AR-Money schluckt, ne? Also. Wir haben Mikalic, ja? Ja. Seine kompletten Quests haben wir. Von Barman... Haben wir auch alle kompletten Quests. Von Rafiq... Haben wir auch alle kompletten Quests. The Dog... Haben wir auch. Ja. Culture. Ich weiß nicht, wo der ist. Kultur? Achso, das ist der am Anfang. Okay, haben wir auch. Gunsmith haben wir auch. So. Somit haben wir Solar City, ähm... Komplett weg. Okay, willst du mal vielleicht so eine Strichliste machen? Für Solar City, oder was? Äh, nee, generell die Questie war... Äh, ja, also okay. Lock an. Also Solar City haben wir jetzt komplett durch. Ähm, Solar City... Okay, ja, hab... So, jetzt machen wir... Äh, Mineth Skyya Mainz. Da gehen wir jetzt rein. Min... Fragezeichen. Okay. Ja, es gibt zwei Minen, deswegen. Ich weiß. So, also... Dann machen wir das mit dem Silizium. Ja. Dann kommt Non-Furious Metal. Ja. Das würde ich nicht abbauen. Das würde ich, äh, in der Spider Cave suchen. Ach, du hast gerade deinen Zettel, äh, hast du gerade was offen, oder? Ja. Okay, ja. Was ist denn das, das war, was waren das mal auch für Metal? Diese Klumpen. Ah, okay, ja. Ja. Ja, äh, wir nehmen dir den Spinnenangang gerne, ne? Äh, ja. Okay. Du musst halt nur gucken wegen Ausdauer. Ja. Danach kommt dieses Gold, und dann kommt Iron Works. Okay. Ja, Gold kriegt man auch eigentlich. Ja, ich müsste mir halt mal eine Spitzhacke irgendwie zulegen. Keine Ahnung. Ja, da holt ihr auch gleich die bessere, welche Pfehlern. Okay. Weil gefühlt verbrauchst du da weniger Stamina mit. Wollen wir den 26er probieren? Vor, vor uns? Den nicht, und ich habe kaum Ausdauer, ne? Ja, so ein hier. Willst du? Weiß nicht, der ist in unserem Weg. Dann probier, los. 3, 2, 1. Geht doch. Wie viel Damage hast du gemacht? Äh, warte. Ich habe 402 und 407. Äh, 560, 246, 542, 496. Hm. Irgendwas gut tut mir. Natürlich. Nee, der hat Lead gedroppt dafür. Ich will den Fuchs haben. So. Gut, äh, von Skowling hatten wir Granddaddy's Gun nach Collector. War das das mit der goldenen TT oder so? Ja. Das war die? Die haben wir auch. Die haben, die Aufgabe haben wir eigentlich auch schon gemacht. Okay, dann haben wir das schon durch. Dann müssen wir nur noch, äh, Menef, äh, das machen und dann hätten wir das schon. Okay. Dann hätten wir die, äh, diesen Bereich auch komplett abgearbeitet. Also jetzt vier Quests noch da. Hm. So. Dann könnte ich dir dann auch die Dings da, die, wie heißt das, äh, den anderen Eingang da zeigen. Ja, ich brauche mal, äh, Menef. Ja. So, ansonsten AWL-Stimulator. Das, das fehlt mir. Also, ich glaube, das Venom fehlt mir. Gut, kann man kaufen. Bis jetzt. Venom und Vodka halt, ne? Und dann, ähm. Ein Lizardhorn. Spider-Essenz ist okay. Watcher-Substanz ist auch okay. Und Leishy. Keine Ahnung, was das ist. Was ist denn hier so viel unterwegs? Ah, ich brauche eine Pause halt, ne? Hm. Versuche gerade zu spotten, was es ist. Ein Kuzmich-Border hätten wir dann auch. So. Ich höre sogar eine Herzschlacken. Ah. Hm. Das ist in meinem Flasher-Gebiet. Nice. So, ähm. Ja, also. Das hier bringt wirklich mehr. Es regnet wieder. Porovi? Äh, kannst du abhaken. Porovi. Da gibt's keine Quests mehr. Ähm. Porovi. So. Ah, da bleibt. So, können weiter. Okay. Also, uns fehlt jetzt halt nur noch die Mine. Die hier. Ja. Benef. Dann Kuzmich-Border. Mhm. Zabdania-Mines. Okay. Äh, dann Eastern... Äh, Territory. Okay. Also, die östlichen. Äh, Between Past and Present. Und Sand Spiders. Okay. Dann Tunnel-Settiment. Äh... Ja. Und das war's. Mir fällt auf, das Scope kann auch kaputt gehen. Oh nein. Hm. Bei mir hat das noch 99,7%. Wenn man schießt, oder? Weiß nicht, ob's durch Schießen oder durch Gucken gehen kaputt geht. Ja, äh. Dann mach ich beides nichts mehr. Dann muss die mal rau da ran. Obwohl. Einfach no scope. Warte mal, ich hab ja noch... Doch, ich hab ja schon geschossen gehabt. Ne, also, ich hab noch 100% drüber. Oh, gut. Ich hab auch schon ein bisschen mehr geballert, jetzt. Okay. Hm. Also fehlen uns jetzt noch gut. Oh. Eins. Zwei. Drei. Vier. Vier Quests rein, ne? Ja. Also, vier Questorte besser gesagt. Also, sowas wie die Karte finden und hast du nicht gesehen. Klar, das ist ganz cool. Aber mal gucken halt, ne? Äh, da würde ich mir keine Ahnung wie viel Stimulanten einpacken. Also, die Stücken... Die Stücken sind halt komplett über die ganze Karte verteilt. Ja. Und du mit deiner Lunge da? Ja, ich muss ja erstmal noch drei Level abwarten, ne? Hm. Kannst bald wieder... Ja, die zwei, da weißt du... Nochmal in Dexter-T rein, ne? Ne, ich mach mal da irgendwas anderes. Echt? Mal gucken. Staminer vielleicht. Ist so Dexter-T. Ach, ne. Ja, ich verwechsel das grad. Den Bunker hatte ich auch schon mal gefunden gehabt. Aber drin warst du nicht. Ne. Spitzhacke-Bunker eingesackt. Vielleicht hab ich hier ja schon ein paar Klumpen. Aber ich brauch 28, weil da ist es halt... Willst du eigentlich dein Anti-Wert wieder haben? Ne, ne. Behalt es mal. Okay. Weißt du, wie die Scheiße aussieht? Was? Okay, cool. Die Klumpen hab ich nicht mehr da, ja. Ich hab noch keins gefunden. Einfach die Shotgun mitnehmen. Man braucht wahrscheinlich ein normales Horn, ne? Nicht Big Lizard Horn. Mal gucken. Teuer ist, äh, wie teuer ist so ne Scheiß, äh, Spitzhacke? Ja. Äh, entweder du holst hier die alte, sozusagen die normale, 500, die verbesserte 1000. Ich weiß aber nicht, was der Unterschied... Also, gefühlt von der verbesserten, verbrauchst du weniger Stamina. Aber du musst aufpassen, dass du die auch ausrüsten kannst, weil sonst was irgendeinem. Vielleicht kannst du ausrüsten. Obwohl. Doch. Ich überleg halt, ne Gasmaske zu kaufen, ne? Für zwei sind's? Ja. Irgendwann bräuchten wir sowieso so nach dem Motto, ne? Kann man die verlieren? Äh, nee. Das ziehst du an. Und da oben ist, für 250 ist der Filter, den ich mal schon mal gefunden hatte. Muss man den Filter ausgerüstet haben? Ja. Na, aber, weißt du, wie ich meine, weil ich möchte ja nicht unnötig verbrauchen, weißt du? Achso. Das weiß ich nicht. Hm, weiß nicht. Wollen wir erstmal abwarten? Ja, wir warten. Okay. Dann, das hab ich, das hab ich, das hab ich, dann hab ich das da hin. Delizium, mein Freund. Ja, komm. Schau, wie wir finden welches. Ja. Reicht genug zu essen, ja, also sechs Tuschonka reicht. Ich hab eine Tuschonka reicht auch aus. Und ein Wasser. Will da unten übernachten. Ah, wir haben da unten gar keine Karte, ne? Ne. Wir wirren einfach rum. Na egal, wird schon. Diese Worte merken wir uns. Kriegt man fürs Abbauen eigentlich auch? Erfahrung? Das wehrt sich grad nicht aus dem Kopf. Komm, sie mit. Spring mal auf den Treppen. Nein. Endet gut. So, mal probiert? Nö. Fallschirm ist aber nicht so doll. Also, nicht so, so doll. Okay. Also, wenn du drüber nachdenkst, was ich mal wegen dem Tornado überlebt hab, dann ist das doch okay. Na gut. Und Stania verliert sich jetzt. Frage, hast du eine Spitzhacke dabei? Ja. Okay. Deine Frage, nach links oder nach rechts? Ich hab die Karte sogar. Du hast die gekauft, du? Ja. Ja. Merk schon, wo er sein Geld investiert hat. Ja, ja. Ja, okay. Wohin geht's? Alter, ist sie groß. Du führst mich. Wohin geht die Reise? Da ist. Wo ist deine Sniper? Hä? Ach, jetzt ist die auf dem Rücken. Die war grad nicht da. Die Sniper verschwindet einfach. Normalerweise würde er sie auf dem Rücken legen, aber nicht jetzt. Also gehen wir nach links oder nach rechts? Ja, nach links. Okay. Okay. Arminner. Wir schlucken die. Die 5er 2 Kugeln. Was ist das? Sieht interessant aus. Nee. Das ist kein... Das Kohle, glaub ich. Nee, das ist Lead. Wenn ich mal... Auf einmal kommt dann der Ratte an. Ja, das Lead, okay. Ich frage jetzt, wo ist Silizium? Soll ja hier in der Mine sein. Vielleicht ganz unten? Da ist der Kreis. Wir gehen mal hier weiter. Das sieht interessant aus. Das hier, wo ich grad drauf haue. Ja, hab's. Ja? Das ist es. Ja, ja. Ja? Ja, du standest an links, der grüner Dings da. Ach man. Oh, zwei Tuschonka, fünf Lockpacks. Muss man ja wenigstens fahren können. Dachte, du siehst die grüne Leine? Du weißt doch ganz genau, dass ich mein Spiel dunkler habe. Ich hab da auch... Auch im Dunkeln sehe ich da nicht. Ich hab mein Tassenamt an. Ja, ich hab meine Tassenamt auch an. Aber ich leuchte nicht hoch. So, jetzt weiß ich halt trotzdem nicht, wie es aussieht.